Die Startup-Strategie von Reid Hofmann und Ben Kasnotcher In der heutigen sich rasch wandelnden Geschäftswelt stehen wir vor neuen Herausforderungen, die unsere herkömmlichen Karrierewege auf den Kopf stellen. Die Zeiten, in denen wir auf einer sicheren Rolltreppe zum beruflichen Erfolg fahren konnten, sind vorbei. Globalisierung und technologische Entwicklungen haben diese Rolltreppe gestoppt und sie ist auf jeder Ebene blockiert. Immer weniger Menschen treten in den Ruhestand und Einstiegspositionen sind rar geworden. Selbst diejenigen in mittleren Führungspositionen warten oft vergeblich auf Beförderungen. Doch es gibt Hoffnung und Alternativen. Startup-Unternehmen, die sich in einem ständigen Zustand der Veränderung und Anpassung befinden, haben uns eine wichtige Lektion gelehrt. Wir müssen agil und flexibel sein, offen für kontinuierliche Veränderung und Weiterentwicklung. Wir sollten uns selbst als Permanent-Beta-Version betrachten. Immer in der Entwicklungsphase und bereit für Wachstum. Ein Schlüsselaspekt dieses Ansatzes ist die Priorisierung von lebenslangem Lernen. Oftmals bedeutet eine vermeintliche 20-jährige Erfahrung tatsächlich nur ein Jahr Erfahrung, das 20-mal wiederholt wurde. Im Permanent-Beta-Modus ist jedes Jahr gefüllt mit neuen Herausforderungen und Wachstum. Obwohl eine bequeme Festanstellung scheinbar sicher ist, birgt sie langfristig betrachtet ein steigendes Risiko. Wenn du jedoch daran gewöhnt bist, dich anzupassen und weiterzuentwickeln, wird dich keine Veränderung umwerfen können. Auf der anderen Seite könnte das Festhalten an der alten Rolltreppe, der sichere Job, im Falle eines plötzlichen Wandels katastrophale Auswirkungen haben. Es ist an der Zeit, die Startup-Mentalität zu übernehmen, sich anpassungsfähig zu zeigen und auf die Chancen des permanenten Wandels vorbereitet zu sein. In diesem Buch werden wir erkunden, wie du dies in deiner eigenen Karriere umsetzen kannst. Kernaussage 1 Deinen Wettbewerbsvorteil erkennen In der Welt, in der wir leben, konkurrieren wir ständig um begehrte Dinge wie Kunden, Arbeitsplätze und attraktive Partner. Ähnlich wie ein Startup-Unternehmen sich bemüht, sich gegenüber seiner Konkurrenz einen Vorsprung zu verschaffen, musst auch du deinen eigenen Wettbewerbsvorteil finden. Ein starker Wettbewerbsvorteil ergibt sich aus einer geschickten Kombination von drei Schlüsselfaktoren. 1. Deine Stärken Hierzu gehören sowohl harte Vermögenswerte, wie dein finanzieller Besitz, als auch weiche Vermögenswerte, wie deine Fähigkeiten, Erfahrungen und Ausbildung. Diese Stärken unterliegen einem ständigen Wandel, da sie immer im Vergleich zur Konkurrenz bewertet werden müssen. Daher ist es klug, sich auf jene Bereiche und Märkte zu konzentrieren, in denen deine Stärken deutlich herausragen. 2. Deine Ziele und Prinzipien Deine persönlichen Werte und deine Vision für die Zukunft spielen eine entscheidende Rolle für deinen Erfolg. Leidenschaft und Begeisterung für das, was du tust, sind treibende Kräfte, die dich schneller und effizienter arbeiten lassen als jemand, der diese Leidenschaft nicht teilt. 3. Marktrealitäten Deine Wettbewerbsvorteile haben nur dann einen Wert, wenn sie auf Interesse stoßen. Es ist wichtig, dass deine Stärken und Ziele mit den Anforderungen der Welt in Einklang stehen. Die richtigen Wettbewerbsvorteile können dir helfen, von Markttrends und technologischen Veränderungen zu profitieren, anstatt von ihnen überholt zu werden. Diese drei Faktoren sind nicht nur individuell unterschiedlich, sondern auch schwer vorherzusehen. Zum Beispiel wissen nur wenige von uns genau, wofür sie wirklich brennen. Es ist daher ratsam, Hypothesen zu diesen drei Komponenten aufzustellen und sie auf deinem Weg immer wieder anzupassen. Kernaussage 2 Flexibilität und Planung mit A, B und Z Die Geschichten von erfolgreichen Unternehmen und herausragenden Persönlichkeiten sind oft geprägt von unerwarteten Wendungen und strategischen Neuausrichtungen. Ehe Flicker zu einem weltweit führenden Fotoportal wurde, war es ein Multiplayer-Onlinespiel. Cheryl Sandberg, bevor sie zur COO von Facebook aufstieg, hatte eine beeindruckende Karriere, die von der Weltbank über das US-Finanzministerium bis hin zu ihrem Engagement bei Google reichte. Diese vermeintlich unzusammenhängenden Stationen sind in Wahrheit ein gemeinsames Merkmal großer Denker und erfolgreicher Unternehmen. Es ist entscheidend, Pläne zu schmieden, die im Einklang mit deinen individuellen Wettbewerbsvorteilen stehen. Doch in einer sich ständig verändernden Welt musst du auch die Flexibilität besitzen, deine Pläne an sich verändernde Interessen und Leidenschaften anzupassen. Hier kommt die ABZ-Planung ins Spiel. Plan A, das ist deine gegenwärtige Strategie, das was du derzeit als deinen besten Wettbewerbsvorteil ansiehst. Du magst kleinere Anpassungen im Laufe deiner persönlichen Entwicklung vornehmen, bleibst jedoch im Allgemeinen in derselben Ausrichtung. Ein erstklassiger Plan A zeichnet sich durch Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit aus und er hinterlässt Raum für viele mögliche Plan B-Optionen. Plan B, hierbei handelt es sich um den Plan, den du in Erwägung ziehst, wenn Plan A an Attraktivität verliert. Oft ist Plan B irgendwie mit Plan A verknüpft und ermöglicht dir, in deinem ursprünglichen Bereich Fuß zu fassen. Wenn sich die Umstände ändern, wird Plan B zu deinem neuen Plan A und du musst erneut einen neuen Plan B definieren. Plan Z, dies ist ein Sicherheitsnetz, vergleichbar mit dem elterlichen Zuhause, das im Notfall immer ein Dach über dem Kopf bietet. Plan Z ist das, auf das du zurückgreifen kannst, um über die Runden zu kommen, wenn alle anderen Pläne gescheitert sind. Es ist Plan Z, der dir das Selbstvertrauen gibt, zu Plan B überzugehen, weil du weißt, dass du selbst im schlimmsten Fall nicht auf der Straße stehen wirst. Kernaussage 3. Kreativität und Ausdauer bei der Nutzung von Chancen. Manchmal im Leben bietet sich eine Gelegenheit, die wie ein Karrieresprungbrett wirken kann. Eine scheinbar einmalige Chance, um schnell die Leiter des Erfolgs zu erklimmen. Wenn du diese Gelegenheit ergreifst, verspricht sie potenziell großen Triumph. George Clooney ist ein gutes Beispiel. Er kämpfte zunächst zwölf Jahre lang als Schauspieler und erhielt nur vereinzelte Rollen in zweitklassigen Fernsehsendungen. Doch als er von einer innovativen Krankenhausserie namens Emergency Room hörte, erkannte er die Möglichkeit für seinen Durchbruch und überzeugte den Produzenten, ihm eine Chance zu geben. Die Sendung wurde ein großer Erfolg und der Rest ist Geschichte. Solche Gelegenheiten kommen jedoch nicht in glänzendem Geschenkpapier daher oder mit auffälligen Hinweisschildern. Sie sind oft rar, schwer zu ergreifen und lassen sich nicht in unseren Kalendern planen. Allzu oft verstreichen sie ungenutzt, da wir unsere Optionen offenhalten möchten. Doch wenn du eine Gelegenheit nicht ergreifst, geht sie verloren. Um auf der Karriereleiter voranzukommen, musst du zielgerichtet, einfallsreich und beharrlich solche Chancen verfolgen. Das Unterkunftsportal Airbnb hat uns ebenfalls gezeigt, wie es geht. Das Unternehmen glaubte an seine Idee, kämpfte jedoch mit finanziellen Schwierigkeiten. Statt aufzugeben, wurden sie erfinderisch und verkauften Cornflakes mit Anspielungen auf die Wahlen, Obama O's und Captain McCains, um das eigentliche Geschäft zu finanzieren, bevor es profitabel wurde. Was die Ausdauer betrifft, können wir von Pandora, dem Musik-Startup-Unternehmen lernen, das fast zehn Jahre lang mit Räumungsklagen und Gerichtsverfahren zu kämpfen hatte, bevor der große Durchbruch gelang. Kernaussage 4. Erweitere dein Netzwerk und mehrere glückliche Zufälle. Die faszinierendsten beruflichen Möglichkeiten sind selten in öffentlichen Stellenanzeigen zu finden und Karrieredurchbrüche lassen sich nicht einfach im Geschäft kaufen. Ob du eine einmalige Gelegenheit findest oder nicht, hängt oft davon ab, ob du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit solcher Glücksmomente zu erhöhen. Zunächst einmal wird dir keine glückliche Fügung widerfahren, während du faul im Bett liegst. Stattdessen musst du aktiv nach Zufällen und Glücksmomenten suchen und Menschen um dich versammeln, die dir auf diesem Weg helfen können. Ein kluger Unternehmer hat einmal gesagt, der beste Weg, glückliche Zufälle zu schaffen, besteht darin, viele Dinge in Bewegung zu setzen. Dem Beitritt zu kleinen informellen Netzwerken und Organisationen kommt eine große Bedeutung zu, sei es in Form von Literaturzirkeln, Imkereivereinen oder Konferenzen. Dies ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, interessante Menschen kennenzulernen. Besonders wertvoll sind Gruppen, die aus hochqualifizierten Personen bestehen, die geografisch nah beieinander wohnen und gemeinsame Interessen und Erfahrungen teilen. In solchen Gruppen herrscht ein starkes Kooperationsethos, das dazu führt, dass man sogar in Wettbewerbssituationen zusammenarbeitet. Ein herausragendes Beispiel für ein solches Netzwerk ist die sogenannte PayPal-Mafia, bestehend aus ehemaligen Führungskräften von PayPal. Obwohl es sich um ein informelles Netzwerk handelt, eröffnet es seinen Mitgliedern reichhaltige Möglichkeiten, Ideen auszutauschen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten, selbst wenn gelegentlich Konkurrenz besteht. Einige Mitglieder haben als Gründer oder Investoren an einigen der größten Erfolgsgeschichten des Silicon Valley mitgewirkt. Darunter LinkedIn, Facebook, YouTube und Yelp. Kernaussage 5. Kluge Risiken eingehen, wenn andere zögern. Risiken sind eine unvermeidliche Realität des Lebens und nahezu jede vielversprechende Gelegenheit geht mit gewissen Unsicherheiten einher. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Einstellungen gegenüber Risiken und diese Einstellungen entwickeln sich im Laufe der Zeit. Generell sind jüngere Menschen oft offener für Risiken. Es ist eine menschliche Tendenz, potenzielle Gefahren in Verbindung mit einer Gelegenheit zu überbewerten, aufgrund dessen, was als Negativitäts-Bias bezeichnet wird. Wir neigen dazu, mögliche Nachteile stärker in Betracht zu ziehen als mögliche Vorteile. Ironischerweise verpassen viele Menschen großartige Chancen, weil sie versuchen, Risiken auf ein Minimum zu reduzieren. Im Wettbewerb um beruflichen Aufstieg kannst du daher einen Vorteil erlangen, indem du klug abgewogene Risiken eingehst und aktiv nach Möglichkeiten suchst, die andere aufgrund der vermeintlichen Risiken übersehen. Bei der Beurteilung von Risiken sollte die grundlegende Frage sein, ob du im schlimmsten Fall mit den Konsequenzen leben könntest. Wenn ein bestimmtes Risiko bedeutet, dass du möglicherweise dein gesamtes Erspartes verlierst und stark verschuldet wirst, solltest du es vielleicht besser nicht eingehen. Stattdessen solltest du stets im Hinterkopf behalten, dass du die Möglichkeit hast, Kurs zu ändern und auf Plan B umzuschwenken. Kernaussage 6 Die Balance zwischen Qualität und Quantität in deinen Beziehungen finden Ähnlich wie ein Startup-Unternehmen ein Team benötigt, um zu gedeihen, ist ein professionelles Netzwerk für deinen beruflichen Erfolg von entscheidender Bedeutung. Ein solches Netzwerk kann exponentielles Wachstum für deine beruflichen Chancen bedeuten. Leider kann der Gedanke an Netzwerken schnell dazu führen, dass du den Eindruck erwächst, ständig auf der Jagd nach neuen Kontakten zu sein. Dies kann als opportunistisch und nicht authentisch wirken. Im Gegensatz dazu ist es entscheidend, echte Beziehungen zu schaffen, indem du den Fokus auf Qualität anstelle von Quantität legst. Denke daran, dass eine gute Beziehung nicht nur von deinem Nutzen handeln sollte, sondern von gegenseitiger Unterstützung. Ein guter Anfangspunkt besteht darin, anderen zu helfen. Eine kleine, nicht materielle Geste wie nützliche Ratschläge oder die Empfehlung an eine dritte Person bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, neue Beziehungen zu knüpfen. In der Regel sollten die Kernmitglieder deines Netzwerks berufliche Mitstreiter sein. Menschen, denen du vertrauen kannst, die du regelmäßig um Rat bittest und mit denen du gemeinsam berufliche Chancen verfolgst. Diese tiefen Verbindungen erfordern oft Zeit und räumliche Nähe. Außerhalb dieses Kerns gibt es lose Verbindungen und flüchtige Bekanntschaften. Dies sind Menschen, die du vielleicht aus der Schule kennst oder auf Konferenzen getroffen hast, mit denen du jedoch nicht viel Zeit verbringst. Ein breites Netzwerk bedeutet in diesem Zusammenhang, dass du Beziehungen an Orten und in Branchen jenseits deines eigenen Wirkungsfelds aufbaust. Untersuchungen zeigen, dass trotz ihrer scheinbaren Oberflächlichkeit oft neue berufliche Chancen aus diesen lose geknüpften Verbindungen hervorgehen. Die stärksten beruflichen Netzwerke bestehen aus beiden Elementen. Eine Handvoll tiefer professioneller Beziehungen und einem breiten Netzwerk von lose geknüpften Kontakten. Kernaussage 7. Das kollektive Wissen deines Netzwerks nutzen. Viele Menschen schöpfen nicht das volle Potenzial ihres beruflichen Netzwerks aus. Doch ein starkes Netzwerk gewährt dir Zugang zu interessanten Persönlichkeiten, Neuigkeiten über aufstrebende Karrierechancen und die Möglichkeit, Wissen aus einem breiten Spektrum an Experten zu erlangen. Stell dir vor, du denkst darüber nach, in die Technikbranche zu wechseln und möchtest ein besseres Verständnis für diese Karriereoption gewinnen. Du beschließt, die geballte Intelligenz deines Netzwerks zu nutzen, das heißt, die Erfahrungen und das angesammelte Wissen deiner Kontakte. Zuerst wendest du dich an LinkedIn, um dein erweitertes Netzwerk zu durchsuchen. Das sind die Personen, die du größtenteils über zwei gemeinsame Verbindungen erreichst. Überraschenderweise umfasst dieses Netzwerk wahrscheinlich Millionen von Menschen. Das sind Leute, die du in Erwägung ziehen kannst, da sie von Personen empfohlen werden, die dich oder die Zielperson kennen. Nach intensiver Recherche wirst du fündig. Die Zielperson arbeitet für ein großes Technologieunternehmen und du bittest darum, dass man dich mit ihr in Verbindung bringt. Einige Wochen später triffst du dich mit ihr zum Mittagessen und sie teilt Informationen über Karrieremöglichkeiten in ihrer Branche mit. Sie erwähnt sogar, dass ihr Unternehmen gerade eine offene Stelle hat. Du beginnst darüber nachzudenken, ob dies die Chance ist, auf die du gewartet hast und beschließt, dein Netzwerk zu Rate zu ziehen. Du holst Meinungen von Menschen ein, die in dieser Branche erfahren sind, aber auch von persönlichen Bekannten, die beurteilen können, wie gut diese Karriereoption mit deinen Prioritäten und deiner Persönlichkeit harmoniert. Schließlich konsultierst du das obere Drittel deines Netzwerks, bestehend aus Freunden, Kollegen und Bekannten, die Erfahrung mit beruflichen Veränderungen haben und hörst einige ermutigende Geschichten. Nach sorgfältiger Abwägung der gesammelten Informationen bist du in der Lage, eine fundierte und gut informierte Entscheidung zu treffen. Zusammenfassung zum Buch Die Startup-Strategie von Reid Hofmann und Ben Kasnotcher Die Kernaussage dieses Buchs besagt, dass wir aus dem Kontext von Startup-Unternehmen viele wertvolle Lektionen für unsere eigene Karriere ziehen können. In der heutigen sich ständig wandelnden Berufswelt ist es entscheidend, Wettbewerbsvorteile zu entwickeln, Anpassungsfähigkeit zu zeigen, ein starkes Netzwerk aufzubauen und intelligente Chancen für beruflichen Erfolg zu ergreifen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!